Jo, herzlich willkommen zurück und jo, weiter geht's, würde ich sagen. Ja dann, auf geht's. Nicht im Baum festhängen, bitte. Ja, klasse. Ich finde ja ziemlich gut zu sehen, was wahrscheinlich nicht so gut ist. Oh, wow, wow. Boah, MP4 können wir nicht. Schaden. Hm, der wurde schon gut aufgeräumt. Wow. Oh. Gebt Ruhe da drin, ey. Alter, hat er mich. Oh. Gibt's ja nicht. Hardcore. Mieses Stück, ey. So ein verdammtes Stück, ne? Alter. Alles ruhig und auf einmal, ey. Nee. 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 Nichts. Amen. Ich bin unbedingt richtig lecture. Jo, herzlich willkommen zurück und ja, ich hab jetzt rausgefunden warum ich bin, also auch mit diesem Treiber hier und das ist total bescheuert, wir haben als Wiedergabe Gerät Lautsprecher unter den digitalen Ausgang und wir müssen trotzdem Lautsprecher auf Stereo konfigurieren anscheinend und ja. Ey, Great Tiffy, Alter, naja, gut, aber es läuft jetzt vernünftig und da können wir mit leben, ne? Scheint jedenfalls so. Gucken, ich hab jetzt Wiedergabe Gerät und 24 bis 48 Kilohertz. Kannst du nochmal auf 16 versuchen, auch für was sie hören, mal gucken, was dabei gleich rauskommt, dann müssen wir das halt echt in so einem Let's Play mal einfach machen, weil ist halt kacke, ne? Creative. Jo, wir kommen zurück und ja, geht auch, ne? Anyway, konfigurationstechnisch ziemlich kacke, aber naja. Wollen wir mal gucken hier. Etwa 15 Minuten noch, kann ich ja noch aufnehmen. Holy shit. Ich concentrating, ey. Amen. Das gehört, ey. Das gehört aus. Okay. Wollen wir uns hier mal ein bisschen umgucken. Ich glaube, hier kann man später raus, ne? So. Wundert nur, dass hier gerade nur Echo-Effekt ist. Die ganze Zeit, das... Naja, okay. Hm. Hm. So, ja, wieder zurück hier. Linke Flagge! Gib mir Deckung! Bleib mich in Granate! Dann haben wir. Granate! Granate, weiter! Alles hinter, Granate! Granate! Rotter, Granate! Ich weiß nicht so viele Granaten, was soll das? Granate! 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 Deckung! Alle sind... Hm. Granate runter! Feuerschutz! Ich kann das anders machen. Moin! Ich weiß nicht, was soll das denn? Ich habe das Ding noch mal im abgesicherten Modus geschadet. alles neu konfiguriert frech das ist wie mit dem gamma wegen der helligkeit dass man am besten nichts verstellt im spiel intern aber gut achso ihn hatte ich ja schon erledigt okay wow f*** dich kreise ihr deppen ey in den rücken geschossen das spiel ist so genial ne ich mag es Schaut aus als wenn noch einer wäre echo vorderhütte hier gut dann ist das halt so nehm ich mal an ich weiß nicht warum hier draußen überall ständig ein echo sein sollte hier drin vielleicht, aber auch nicht so aber gut great isch das wir nehmen es mit wenn wir es haben können und dann ist gut wow naja immer die andere Wumme hier jetzt geht es in die Hütte hier nehmt sie alle Dokumente mit und stoßen sie dann wieder zu uns Sergeant Moody und ich suchen Price und Ingram ja super ja komm fau dich geht anscheinend ganz gut durch hier ne kann man mit arbeiten gib mir Deckung ja dann lauf mal ja ich helder und zack liegt da die mp-40 machen wir mal machen alle späße mit hier besser die mp40 holen eigentlich geht mir nämlich gerade die munition langsam raus hier für das ding aber wir gucken mal wie sich das verhält der frühe ist gelöst weil ich das mit einem schwierigeren schwierigkeitsgrad ok reaktion ist hier gefragt ach verdammt hier keiner anscheinend nicht machen wir erstmal eine pause bis dann wenn es wieder heißt co d a1